Ja, völlig verdiente Niederlage. 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 Ja. Julian, ich glaube ein gebrauchter Nachmittag für uns heute. Wie fällt dein Spielfazit aus? Puh, schwer. Wird dauern, weil es war ein schlechtes Spiel von uns. Ja, eine Niederlage, die wert tut. Wir haben eigentlich das ganze Spiel nur irgendwie drum gekämpft, Zugriff zu bekommen. Konnten uns gar nicht irgendwie darauf einlassen, positive Akzente zu setzen. Wir haben dann zum Glück in einem guten Tempogegenstoß ein Tor gemacht, was uns so ein bisschen das Gefühl rettet. Und wir dann dachten, vielleicht nehmen wir hier doch was mit. Hat es der Gegner euch so schwer gemacht oder habt ihr euch das Leben selber eher heute schwer gemacht? Wie würdest du es bewerten? Beides. Die haben uns gut gemacht, wir haben uns schlecht gemacht. Am Ende verliert man, wenn es so ist. Ja, aber wir müssen an uns selbst schauen. Dann haben sie uns auch sehr gut angelaufen. Wir hatten hinten selten freie Füße, um Spielaufbau zu gestalten. Sie sind über 90 Minuten ins Pressing gegangen, was sie sehr, sehr gut gemacht haben. Und da haben wir dann leider im seltensten Fall die letzte Kette gefunden. Weil wenn man da den Ball dann behauptet, dann heißt das, dass dahinter ganz, ganz viel Raum ist. Aber wir haben da oft zu klein gespielt und Stuttgart dann sogar die Balleroberung geschenkt, die sie haben wollten. Wir haben viel vor uns und deswegen müssen wir arbeiten. Wir müssen uns verbessern. Nicht alles ist schlecht, aber heute war nicht ein guter Tag für uns.